Jefferson Phoenix Davis war ein US-amerikanischer Politiker. Von 1861 bis 1865 der einzige Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika und damit Führer der Südstaaten im Sezessionskrieg. Zuvor hatte er in den Vereinigten Staaten als Senator für Mississippi und von 1853 bis 1857 als Kriegsminister gewirkt. Leben Davis studierte von 1824 bis 1828 an der US-Militärakademie in Westpolen und war die folgenden Jahre als Offizier der US-Armee im Mittleren Westen tätig, wobei er erste Kampferfahrungen sammelte. Am 17. Juni 1835 heiratete er Sarah Knox Taylor, eine Tochter des späteren US-Präsidenten Zachary Taylor, und quittierte den Dienst. Seine Frau starb jedoch bereits drei Monate später, am 15. September 1835, an Malaria. Mittlerweile frisch gewählter Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus für die Demokratische Partei. Heiratete Davis am 26. Februar 1845 seine zweite Frau, die 18 Jahre jüngere Varina Banks-Howell, mit der er sechs Kinder haben sollte. 1846 gab er seinen Sitz im Repräsentantenhaus auf, um im Krieg gegen Mexiko wieder als Offizier zu dienen. Er nahm an mehreren Schlachten teil, unter anderem an der Schlacht von Monterrey und erreichte den Rang eines Kolonnel. Nach einer Verwundung wurde ihm der Posten eines Brigadegenerals der Miliz angeboten. Diesen lehnte er mit dem Argument ab, nur die Staaten hätten das Recht Milizen aufzustellen, nicht die Union. 1847 übernahm er einen freigewordenen Sitz im US-Senat, 1851 wurde er wiedergewählt. Wenige Monate später gab er den Senatssitz auf und kandidierte er folglos als Gouverneur von Mississippi. Danach unterstützte er die Kandidatur von Franklin Pierce um die Präsidentschaft. Dieser ernannte Davis zum Kriegsminister, was er bis 1857 blieb, um sich anschließend erneut erfolgreich um einen Sitz im Senat zu bewerben. Sezession Als gemäßigter Südstaatennationalist sprach sich Davis zunächst gegen eine Sezession aus und trat für eine Stärkung der Rechte der Einzelstaaten innerhalb der Union ein. Nach der Wahl Abraham Lincolns zum 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und der Sezessions-Out-Carolinas erklärte er jedoch am 21. Januar 1861 den Austritt Mississippis aus der Union und verließ den Senat. Nach der Abspaltung fünf weiterer Südstaaten von der Union wurde Davis am 9. Februar 1861 vom Provisorischen Konföderierten Kongress zum Provisorischen Präsidenten gewählt und am 18. Februar 1861 im Staatshaus von Alabama in Montgomery als erster und einziger Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika vereidigt. Die Wahl wurde am 6. November 1861 durch das Volk bestätigt. Aufgrund der Niederlage der Konföderierten Armee im amerikanischen Bürgerkrieg konnte Davis seine sechsjährige Amtszeit jedoch nicht beenden. Auf dem Weg ins Ausland, um eine Exilregierung zu bilden, wurde Davis mit seiner Familie und weiteren Begleitern am 10. Mai 1865 nahe Irwin Will, Georgia, von Unionstruppen gefangen genommen. Er wurde am 24. Mai 1865 wegen Verrats angeklagt und blieb bis zum 14. Mai 1867 in Untersuchungshaft in Fort Monroe, Virginia. Danach wurde er gegen Kaution freigelassen, das Verfahren wurde 1869 eingestellt. Letzte Jahre. Nach seiner Freilassung 1867 verließ Davis zunächst die USA, reiste mit seiner Familie nach Europa und kehrte erst 1869 wieder in die Staaten zurück, wo er eine Versicherungsgesellschaft in Memphis übernahm, die 1873 insolvent wurde. Bis 1878 unternahm er zahlreiche Geschäftsreisen nach Europa, seine Geschäfte waren aber wenig erfolgreich. Er besuchte auch mehrmals Karlsruhe, wo seine jüngste Tochter Varina Anne Davis, genannt Winnie, ihre Schulzeit verbrachte. Eine Affäre mit Virginia Clay, der Frau von Clement Clybourne Clay, wurde publik und belastete die Ehe mit Davies, Frau Varina, die sich in dieser Zeit meist in England aufhielt. 1878 nahm Davies, mittlerweile krank und insolvent, eine Einladung der vermögenden Witwe Sarah Dorsey an, sich auf ihr Gut Beauvoir nahe Biloxi zurückzuziehen. 1879 versöhnte sich Davies dort mit seiner Frau. Frau Dorsey schenkte Davies das Anwesen vor ihrem Tod im selben Jahr. Jefferson Davies veröffentlichte 1881 seine Erinnerungen an seine Amtszeit als Präsident im selben Jahr kehrte Tochter Winnie in die USA zurück. Das wiedererlangte Ansehen und die Berühmtheit der Familie Davies führten zu häufigen Besuchen von ehemaligen konföderierten Veteranen, Journalisten und Neugierigen. Mit zunehmendem Alter legte Jefferson Davies seine Repräsentationsaufgaben in Winnies Hände, die dadurch, trotz ihres deutschen Akzents als Tochter der Konföderation in die Geschichte der USA einging. Vier Jahre nach Davies' Tod 1889 wurde sein Grab von Atlanta nach Richmond, Virginia überführt. Dort wurden auch seine Tochter Winnie Davies 1898 und seine Frau Varina Davies 1906 jeweils mit militärischen Ehren beigesetzt. Am 17. Oktober 1978 wurde Jefferson Davies die US-Staatsbürgerschaft posthum wieder zu erkannt. Davies' Haltung zur Sklaverei und der Gleichwertigkeit der Schwarzen Was Davies' Haltung zur Sklaverei anging, so schrieb er selbst in seinen Memo ihren Ehrungen. In den ehemaligen Südstaaten wurden nach dem Bürgerkrieg mehrere geografische Einheiten nach Davies benannt. Jefferson Davies County in Mississippi, Jefferson Davies Parish in Louisiana, Jeff Davis County und Jeff Davies County. Jefferson Davies ist neben Robert T. Lee und Stonewall Jackson auf dem Stone Mountain, Georgia, dem größten Relief der Welt, abgebildet. Dieses wurde vom KU-Klux-Clan finanziert und 1970 fertiggestellt. Fertiggestellt 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 Fertiggestellt